Okay, jetzt wird geneift, mein Freund. Neus! Hey Kieners, was geht bei euch ab? Willkommen zurück zu Operation Hydra. Hallo, guten Tag und los geht's. Ja, wir spielen eine sehr schwierige Runde, glauben wir zumindest beide, auf Inferno. Kennen wir schon mal, nicht schlecht, aber wir müssen 15 Enemies killen mit einer AK und die AK können wir nicht kaufen. Das heißt, wir müssen erst mal drei Runden überleben, bis die AK haben, die AK aufsammeln und dann nochmal drei Runden AK-Kills machen. Das könnte hart werden. Hart, aber herzlich. Ich wünsch mir jetzt B, dass wir Banane und so haben. Das ist ja cool, dass ich mir von Weitem angelatscht komme. Ja, schade, Mann. Ich wollte kurz Ja sagen, aber dann nein. Ja, fuck. Okay, gut. Wir werden jetzt schwitzen, was das Zeug hält. Okay, bei Schott kommen sie. Okay, ich komme. Okay, jetzt wird geneift, mein Freund. Neus! Wir können ultra weit vorgehen, wir können bis auf Mitte gehen, ne? Da können wir direkt von hier gucken, ob sie B gehen oder eben... Oh! Was für ein Mixer, Mann! Das ist krass, ne? Oh doch, oh doch, irgendwas haben sie da. Eine Galil oder irgendwas zumindest. Guck mal kurz. Ja, zum Weiterspielen ist bestimmt nicht schlecht. Ja, Galil. Ich glaube, die kommen Apartments. Ja. Die sind second mit. Oh Gott, der hat mich sofort gefickt. Nein! Oh oh. Ist der Onspot? Einer ist Onspot. Blended. Nice. Beide Gegner noch. Ach komm, scheiße! 99 in 4! Weißt du, seine Teammates haben AKs und er holt in der P90. Weißt du, der Tricksal? Das ist doch lächerlich, Mann. Okay. Wollen die mit uns spielen, oder? Gauner? B-b-b-b-bibliothek einer raus. Ja, Mann, die haben lange gebraucht. Aber wo ist der? Ist der nicht da? Der kommt hier bei Arch, glaube ich. Der geht City. Alles klar! Da unten ist einer gesteppt. Die kommen, die kommen. Oh shit, Mann. Zieh dich lieber zurück. Oh Gott, die kommen, die kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hab ich der Misch gefressen. Kommen auch paar Short. Ja, jetzt kommt einer. Ich hab keine Mohnen, ich hab keine Mohnen. Onspot, Onspot, ist down. Oh Gott, da gefordert einer Onspot. Okay, okay, Bomb is down. Ich warte einfach ab. Ach, das war der, der dich gekillt hat? Naja, ich glaub das war der andere. Ah doch, doch, den hast du gekillt, der mich gekillt hat. Oh! Yeah! Was hat der gehabt, was hat der gehabt? Ja, ne Galil. Hast du was? Ja, ich hab halt den Mech. Oh, hier ist noch ne Galil. Mitte Steps. Okay, jetzt wird's was. Bei dir? Ja, Mitte. Oh shit, das war vielleicht böt, weil jetzt ist die AK nicht bei uns. Aber... Alter, die sind noch voll weit hinten. Oh, 19 AP. Die scheiß Granaten, ey, die sind echt malig. Jetzt kommen sie. Ich muss abhauen. Nice, sorry. Alles gut. Hier ist ne AK. Jawoll. Oh Gott, sogar das Leben wird, glaub ich, nicht regeneriert. Kann das sein? Ich glaub immer nur 25 oder 50. Ja, 50 müssen's sein. Ich hatte eben vier. Oh Gott, die können jetzt auch Warners kommen, ne? Shit, Mann. Ich geb hit. Mid is open. Die gehen alle Apartments. Oh Gott. Ich hol's doch von hinten. Scheiße, Mann. Einer hat gefressen. Nice, nice. Ich komm von hinten. Versteck dich gegebenenfalls. Ja. Nein. Alter, von hinten umgepustet. Wie die Poolfokus auf mich hatten, die Wichser. Okay, das Ganze müssen wir noch dreimal machen. Ja. Jetzt kommen sie wahrscheinlich mit Nack-App von Juggernaut anzug. Scheiße, dann weine ich. Mit ist nichts. Kommen alle wieder Second mit. Hast du denn schon Apartments? Ja, Apps. Habe ich schon ein bisschen gegessen. Oh, Double-Nate. Alter, Krass. Alter, das war Lack. Okay. Ich hab' ihm 82 gegeben, Mann. Nice, nice. Jetzt muss ich mir schnell eine AK holen. Schnell, 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 schnell. Ah, liegt ja direkt eine Close, nice. Okay, noch einmal. Doch, doch noch einmal. Ja, noch eine Runde. Okay, ich hoffe, die haben keine AWP, weil ich hier mit dem mal so gucken. Ja, ich glaube, ich bleibe Onspot. Ich lasse sie jetzt gar nicht. Ich weiß, ich glaube, ich nicht erflungen. Ich hab' Schiss, dass sie mich weg, ey, mit AA-Wörder. So ein Schip. Oh, oh. Oh, oh. Mitte kommt. Ich denk' da immer alle kommen, Mitte. Ja, da ist aber auch nur einer beim Fuchs. Ah, fuck. Ich hab' ganz wenig AP noch. Ja, geh, geh mal weg. Ich geh' Second. Ich geh'. Ich bin im Haus bei Second mit. Ich hab' Mitte. Ich glaub' aber nicht, dass die hier kommen. Irgendwie. Hier ist es so ruhig. Ich geh' Apartments durch und geh' dann Pit. Ich... Ja, okay. Okay. Dann hast du das hier. Ja, long, long, fuck. Ich bin fast down. Long kommen sie. Wir sind schon bei A. Nein. Okay, okay. Drei noch. Einer Slow HP. Oh mein Gott. Nice. Nice! Jawoll, alter. Geil. Edel. Richtig zuckrig, Monsieur. Zuckrig. Zuckrig und buttrig. Mh. Eine richtige Butter-Zucker-Schnecke sozusagen. Das ist eine Butter-Zucker-Folge. Ganz viel leckere Creme. Mh. Optimal. Leute, wenn's euch gefallen hat, dann lasst es uns irgendwie wissen, ja. Macht's gut. Wallen hat die letzten Worte. Hey. Das mit dem Stink wird langsam langweilig, ne? Ich bräuchte eigentlich was Neues. Ich überleg mir was Neues für die nächste Folge. Aber jetzt für das erste Stink erb ein Kacken. Immer noch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.